Okay, okay, Freunde, der nächste Part von der Babysitterin ist endlich da. Und vertraut mir, das heutige Video wird eine absolute 10 von 10, deswegen schaut es euch unbedingt bis zum Ende an. Aber ganz zu voll, würde ich noch sagen. Näh, like und abonniere diesen Kanal innerhalb der nächsten 5 Sekunden, ansonsten kommt morgen Abend dieser glatten Gurkenmann und wird dich aufessen. Und natürlich grüße ich auch heute wieder drei aktive Zuschauer und heute ist der liebe Small, der liebe Floppa Dudle und der liebe Mark Kettenburg. Freunde, falls noch jemand in einem meiner Fortnite-Videos gegrüßt werden möchte, dann lasst jetzt unbedingt ein Like, da abonniert diesen Kanal hier und aktiviert unbedingt die Glocke und beantwortet das folgende Quiz jetzt unbedingt richtig. Welcher dieser aktuell gezeigten Skins war im letzten Part die böse Babysitterin? Ich gebe euch jetzt ganz genau 5 Sekunden Zeit und ihr schreibt es währenddessen in die Kommentare rein. Let's go. Seid abgelaufen, habt ihr die Antwort richtig, ja oder nein, schreibt es mir mit in die Kommentare rein. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Ach, oh Mann, verdammt die Babysitterin. Ich wusste ganz genau, dass du böse bist. Sag schon, was hast du mit Kevin und meiner Schwester gemacht? Komm mir ja nicht zu nah, Mann. Hier ist ein Baseballschläger, den haue ich dir über den Dönsmann. Komm mir ja nicht zu nah. Warum willst du mir denn Böses tun? Ich bin doch so lieb. Außerdem, deinem Bruder und deiner Schwester geht's doch so gut. Ich habe ihnen Essen gemacht. Ich habe sie schlafen gelegt. Ne, geht's doch gut. Was hast du denn gegen mich? Das stimmt nicht, Mann. Ich weiß zwar nicht, was du gemacht hast, aber irgendwas hast du mit denen gemacht. Und meiner Katze geht's halt auch so auch nicht mehr gut. Jetzt sagen wir schon, wo sind sie? Was hast du mit denen gemacht? Na gut, dann gebe ich es eben zu. Dein Bruder, Kevin, den habe ich in den Kofferraum gesteckt. Und deine Schwester in diesem Müll, wo sie auch hineingehört. Oh Mann, verdammt, und was hast du jetzt mit mir vorhört? Du Mann, ich werde dich nicht verpetzen oder so. Lass mich einfach in Frieden. Oh, das stimmt gar nicht. Ich muss irgendwie Kevin und meine Schwester retten. Ach, egal. Ich muss erst mal weiter zuhören. Oh, Orxy, du hast keine Ahnung, in welcher Lage du bist und wozu ich fähig bin. Okay, hörst du. Wir können das alles ganz friedlich klären, ja? Äh, äh, schau mal. Ich war doch eigentlich auch ganz nett. Und ein paar Pätschen tue ich dich auch nicht. Wo sind eigentlich meine Eltern? Die leben doch noch, oder? Wie kommst du denn darauf, dass ich euch töte? Weiß ihr das etwa schon? Ach so, nur so eine Vermutung. Ähm, auf jeden Fall. Kannst du mir ein bisschen mehr über deinen Plan erzählen, was du hier vorhast und warum du hier genau bist? Ich werde dich essen. Äh, warte, was? Nein, Spaß, du Vollidiot. Du glaubst auch, ich verrate dir jetzt all meine Pläne. Mein Ziel ist es, nur so viel Kohle wie möglich zu verdienen. Und dabei werde ich auch ganz viel Spaß haben. Oh, Mann, verdammt. Du bist doch psychisch krank. Lass mich einfach in Frieden. Schnell, schnell, schnell weg hier. Und die Tür zu machen. Zack. Mach die Tür auf. Auf der Stelle. Oh, Mann, niemals. Wo ist meine Katze hin? Ach, egal. Ich muss mich irgendwo verstecken. Schnell, hier lang. Schnell, schnell, schnell weg hier. Ich muss meine Geschwister finden. Orxy, wo bist du? Jetzt bist du dran, Mann. Oh, Mann, schnell, schnell, schnell. Sie kommt hier. Moment, ich muss hier weg. Na, los, na, los, los. Ich stelle ins Wasser rein. Sie darf mich hier ja nicht finden. Oh, Mann, verdammt. Orxy, wo bist du? Ich werde dich finden. Meine Geschwister sind schon auch bald weg. Oh, Mann, ich muss ganz leise sein. Sie darf mich ja nicht finden. Na, los, ich sollte mich hier einfach wegschleichen. Ich meine, dass es sich über mich ganz leise sein lässt. Orxy, du brauchst dich doch nicht zu verstecken. Ich liebe ja halt den Sieg. Ich muss ganz leise sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, er ist hier irgendwo. Verdammt, sie ist genau über mir. Na, los, ich muss mir irgendwas anderes überlegen. Ist er vielleicht unter mir? Aha, jetzt habe ich dich erwischt. Kurze Werbeunterbrechung geht gleich weiter. Stopp, 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 Freunde. Bevor das Video weitergeht, möchte ich euch erst noch meinen neuen Partner vorstellen. Call of Antia ist ein spannendes 3-RPG-Spiel mit einer einzigartigen Handlung. Das Spiel ist voll von strategischen Schlachten, legendären Helden, Herausforderungen und Erfolgen. Call of Antia ist ein visuelles Wunderwerk mit wunderschöner Musik. Erbaue dein Königreich, trainiere starke Soldaten und werde ein echter Herrscher. Folge der Storyline, um Zeuge extrem majestätisch Schatten zu werden, legendäre Figuren aus verschiedenen Fraktionen zu treffen, mysteriöse Legenden freistreuen und sich an andere Spieler anzuschließen. Das Geile an dem Spiel ist einfach, obwohl es so ein Game ist, was man normalerweise eher nebenbei spielen würde, es hat einfach eine extrem geile Story. Und zwar gibt es dazu einfach ein extrem geiles Game-Feature. Denn in dem Game müssen wir, sobald wir etwas weiter sind, legendäre Drachen finden und diese Drachen werden dann die kompletten Geheimnisse vom ganzen Spiel erklären. Das heißt einfach, ihr könnt das Game nebenbei zocken und habt trotzdem immer noch eine richtig geile Story am Start. Und ein weiteres cooles Feature ist einfach, dass ihr wirklich jeden Tag kostenlose Belohnungen dazu erhaltet. Das heißt, ihr könnt eure Helden verbessern, eure Fähigkeiten etc. pp. Ihr könnt euch zum Beispiel kostenlos einlegen, deren 4-Sterne-Helden beschwören. Und zwar morgen, das ist ein stolzer Piraten mit extrem vielen Mummen. Und Freunde, ich sage euch, allein bei diesem Piraten-Thema, ich sage euch eigentlich One Piece, da bin ich schon so ein bisschen drin. Um das Ganze nochmal ganz einfach zu erklären, es geht in dem Game einfach nur darum, dass ihr immer die 3 Farben an der richtigen Stelle habt. Dabei könnt ihr eine coole Storyline erleben. Aber ich sage euch ehrlich, mehr braucht man bei einem Handy-Game auch eigentlich nicht. Freunde, unten in der Beschreibung steht ein exklusiver Link zu dem Spiel. Tut mir bitte den Gefallen, downloadet das Ganze einfach, probiert es aus. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es immer noch löschen. Aber mich würde es einfach freuen, denn sehen die Leute auch einfach, was für eine krasse Community wir sind. Und ganz ehrlich, Freunde, bitte blamiert mich nicht, Mann. Deswegen downloadet das Game einfach gerne und der erste Link ist in der Beschreibung. Aha, jetzt habe ich dich erwischt. Hä, warte mal, er ist hier doch gar nicht. Ich könnte schwören, dass er hier irgendwo war. Hm, okay, dann ist er hier wohl doch nicht. Oh Mann, ich muss weiter die Luft anhalten. Es hat sich zum Glück auch gelohnt, sich hier im Wasserfall zu verstecken. Ich stelle wieder runter, darf mich ja nicht sehen. Sie ist ja echt so ein kranke Psychopathin. Ich muss schnell meine Geschwister finden. Jetzt habe ich dich. Über dir. Einen Moment, oh nein. Und komm her. Oh Mann, verdammt, schnell weg hier, Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich muss hier schnell weg. Komm her, komm her, ich werde dich töten, ich werde dich schlagen, ich werde dich umbringen. Oh, warte, es hat geklingelt. Komme. Oh Mann, hier sollte ich sicher sein, dann los, sie läuft an mir vorbei. Wer hat bitte geklingelt, ich bin echt gespannt. So, es hat geklingelt, ich mache mal die Tür auf. Hi, schön, dass ihr da seid. Yo, was geht ab? Na, hast du schon ein bisschen Fleisch für uns? Ich habe extra meine Katana mitgenommen. Ich hoffe, er ist schon bereit für uns. Ja, ja, klar, Mädels und Jungs, alles ist schon vorbereitet. Der eine ist im Kofferraum, die andere ist im Müll und der letzte ist, der letzte ist Versteck. Ich glaube, wir müssen mit dem noch ein bisschen spielen. Oh, da stehe ich ja drauf. Oh ja, die Schwachen töten, das macht mir richtig Spaß. Ja, ja, komm schon mal rein, ich habe alles für das Ritual vorbereitet. Oh Mann, verdammt, was ist das mit den Psychos? Ich habe alles mitgehört. Schnell weg, 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 ich muss wieder in mein Geheimversteck reingehen. Oh Mann, ich muss schon meine Katze finden. Ah, da bist du ja. Häh, äh, na los, geht's dir gut, Katze? Komm mit, komm mit, komm mit. Miau. Komm mit, kleiner, komm mit, komm mit, komm mit. Hör zu, Mann, wir sind hier irgendwie in etwas ganz, ganz schlimm reingeraten. Wir müssen uns hier drin erstmal verstecken. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, erstmal relativ sicher. Miau, 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 miau. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was das für Leute sind, aber wir müssen warten, bis Mom und Dad da sind. Und übrigens, bis wir meine Geschwister finden. Miau. Die sind in einem Kofferraum unter Müll, aber in welchem Kofferraum unter welchem Müll? Ah, warte, beim Müll habe ich doch letztens etwas beobachtet. Miau. Stimmt, das kann echt sein. Die sind oben beim Müllentsorger, da war sie das letzte Mal auch. Okay, alles klar, da müssen wir als nächstes schnell hin. Hier in diesem Kreis werden wir ihn hinstellen und ihn dann lebendig essen. Oh ja, Katze, du hast sowas von recht. Wir sollen erstmal warten, bis es nachts wird, damit wir uns hier besser fortbewegen können. Dann los, lass uns hier drin verstecken in der Sauna. Oh Mann, was? Wieso wächst du mich denn schon so früh? Katze, warte mal, du hast dich umgezogen? Wieso bist du in einem Affenkostüm drin? Miau. Äh, warte mal, was meinst du? Du hast dich in deinem Affenkostüm versteckt, damit dich diese Babysitterin nicht findet und ihre Freunde. Oh Mann, das ist sehr gut. Auf jeden Fall, wir haben es jetzt abends, das heißt, wir können jetzt ein bisschen besser rumlaufen. Ich hoffe, die schlafen mittlerweile. Komm mit, lass schon mal ein bisschen weitergehen. Hör zu, Mann, unser Ziel ist es jetzt, ein Handy zu finden, weil meines habe ich irgendwie nicht mehr. Und irgendwie die Polizei anzurufen. Ich meine, wir müssen hier schnell weg, okay? Miau. Oh, das ist sehr gut. Du meinst, dass die schon alle schlafen? Oh, perfekt. Okay, dann komm mit. Warte mal, da vorne schläft einer sehr ganz leise. Und da hinten schläft auch einer. Wir müssen uns hier drin erstmal verstecken und schauen, was die machen. Oh, da bin ich müde. Ah, ich bin so müde. Und ich frage mich, wo dieses Kind ist. Ich würde es echt gerne essen. Oh, Mann, verdammt, wie es aussieht. Schlafen die Psychos echt? Na los, wir müssen uns hier jetzt irgendwo langschleichen. Ich meine, das ist nicht unsere größte Gefahr, Herr Zuckatze. Ich weiß zwar nicht, was hier los ist, aber sie wollen uns echt töten. Ja. Oh, du meinst, ich übertreibe? Nein, das glaube ich nicht. Okay, na los, lass uns auf die Toilette schleichen. Ich glaube, dort habe ich mein Handy fallen lassen. Ähm. Ja, kurz auf Toilette gewesen und jetzt, ohne die Hände zu waschen. Äh, warte mal. Nein, 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 nein. Sie hat uns erwischt, aber wieso macht sie denn nichts? Hallo, hörst du mich? Hallo? So, und jetzt wieder ab ins Bett gehen. Warte mal einen Moment. Kann es sein, dass sie etwa... Oh, Mann, Freunde. Ich glaube, sie schlafwandelt gerade. Axi! Oh, nein, verdammt. Sie hat meinen Namen gesagt. Sie weiß, dass wir hier sind und sei jetzt ganz leise, Mann. Nein, 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 sie hat uns. Ich werde dich töten. Oh, äh, einen Moment. Sie schläft ja immer noch. Sie hat einfach nur so gesprochen. Oh, Mann, das ist unsere Chance. Na los, du weißt jetzt, was das heißt, Sergeant. Ja, ja, du hast recht. Das Handy muss irgendwo auf Toilette sein. Na los, wir schauen schnell nach. Okay, wo könnte es sein? Hier unten nicht. Hier ist es auch nicht, Mann. Oh, Mann, verdammt. Wo ist es nur? Wo habe ich es fallen lassen? Hier in der Ecke war ich, aber hier liegt nichts. Was soll ich da jetzt bitte machen, Sergeant? Oh, Mann, was eine Nacht. Jetzt erst mal auf die Toilette gehen. Oh, Mann, da kommt jemand. Komm, stell mit, Zaten. Komm, stell mit. Hier rein, hier rein, hier rein in die Dusche. Na los, der darf uns ja nicht sehen, Mann. Oh, verdammt, ey. Oh, schön die Tür breit offen lassen. Sei ja leise, damit er uns nicht sieht, okay? Ah, wem gehört denn das Handy hier? Was steht da drauf? Orxy, der King? So, ich nehme das jetzt und schmeiße es in die Toilette. So, zack und abspielen. Oh, das ist doch nicht sein Ernst. Was soll das? Ey, verdammt, verdammt. Oh, und jetzt schön raus hier. Das ist doch nicht sein Ernst, Katze. Er hat einfach mein Handy runtergespült. Schnell, schnell, schnell. Nein, es ist einfach weg. Was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich jetzt die Polizei bitte anrufen? Ich kann mir jetzt gar nichts mehr machen. Miau. Was meinst du mit Miau? Soll ich das einfach reinfassen? Miau, miau. Ich wusste doch, dass hier irgendjemand war. Oh, das meintest du, Katze. Hallo, Mr. Einen, Moment. Wer sind sie? Was machen sie in meinem Haus, wenn ich fragen darf? Die Frage ist, warum versteckst du dich denn hier? Wir sind doch ganz lieb. Ihr seid lieb, ihr seid nicht lieb. Komm mir ja nicht zu nah. Ich schätze meine Katze auf dich, pass auf. Hör zu, ich habe ein Messer dabei und ich habe keine Angst, das Messer zu verwenden. Siehst du das, Kollege? Ja, ja, hören Sie mal zu. Hier gibt es, glaube ich, einen ganz, ganz großen Fehler und zwar... Ja, wo ist denn der Fehler? Was willst du denn, Kleiner? Naja, also... Na los, lauf schnell weg. Schnell, 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 schnell weg. Hier, weg, hier, weg. Ich kriege das Lauf. Oh Mann, hier, lang, hier, lang, hier, lang. Miau, miau, miau. Nein, schnell, schnell, komm mit, komm mit, komm mit, hier lang. Okay, hier sind wir erstmal sicher. Verdammt, Mann, ist es so spät. Schau mal. Ah, das Kind ist hier, das Kind ist hier. Wacht alle auf. Schnell, alle aufwachen, alle aufwachen. Oh, verdammt, er sucht uns schon. Schnell, wir müssen uns hier irgendwo verstecken. Geh durch hier rein. Was ist denn hier los? Warum schreist du hier so rum? Das Kind ist hier, das Kind ist hier. Was, ihr habt Orcs gefunden? Wo ist er? Schnell, alle auf die Suche. Schnell, wir müssen ihn finden. Perfekt, du bist auf jeden Fall versteckt. Los, wir müssen uns aufteilen. Wir müssen ihn schnell finden, los. Leute, ich schau beim Pool nach, okay? Ich hab dich. Oh, äh, nein, 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 verdammt, was mach ich denn jetzt? Du kannst mir nicht mehr entkommen. Ha, ha, ha. Ah, ich muss hier schnell weg. Hier lang, hier lang, hier lang. Ah, hier hoch. Ah, schnell aufs Dach hoch. Du kommst hier nicht hoch. Du kommst hier nicht hoch. Denk nicht mal dran. Du kommst hier nicht entkommen. Probier es nicht, komm mir ja nicht hoch. Du kommst hier nicht entkommen. Ha, ha, ha. Komm, Deckform, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Nimm das, ah. Na los, falsch runter. Äh, oh. Ah, mein Kopf. Oh, sehr gut. Oh, ich glaub, ich hab ihn irgendwie getroffen. Er ist bewusstlos. Okay, schnell weg hier. Äh, na los, na los. Was ist hier hinten los? Oh nein, nicht noch einer. Was ist denn hier los? Oh mein Gott, was ist denn mit dir passiert? Geht's dir gut? Wer war das denn? Wo ist Orxy? Er war das doch bestimmt. Orxy, ich weiß doch, dass du hier irgendwo bist. Verdammt, verdammt. Sie darf mich ja nicht sehen. Ich muss einfach weiter die Luft anhalten. Was auch immer du mit ihm gemacht hast, ich werde viel schlimmere Dinge mit dir machen. Das ist, wenn ich dich hier im Pool festhalte. Oh nein, weiß sie etwa, dass ich hier unten bin? Warte mal, irgendwie sieht der Pool voll cool aus. Ich glaube, ich springe auf die Matratze da drüben. Oh nein, wenn sie hier drauf springt, dann taucht sie automatisch unter und weiß, dass ich hier bin. Na los, einfach weiter die Luft anhalten. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Drei, zwei, eins und... Nein, nein, nein. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Was, du weißt, wo er ist? Komm, zeig's mir. Komm mit, komm mit. Komm mit. Oh, sehr gut, sie gehen weg. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lusthalber, doch, schnell, 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 komm raus aus dem Versteck. Wir können jetzt langsam weg. Oh, das werde ich denen nicht verzeihen. Oh, er wacht langsam auf. Na los, komm gleich schon raus, Katze. Schnell, ich erstelle. Okay, hör zu, wir müssen uns irgendwie verständen. Wir müssen immer noch an irgendein Handy kommen. Äh, warte mal, du hast recht, wir können einfach ihn durchsuchen. Miau, 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 miau. Äh, der wird schon nicht aufwachen. Na los, komm, schnell mit, wir gucken nach. Und, sag, 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 ja, sehr gut, er hat ein Handy. Äh, sag, ich hab's. Sag, okay, schnell das Handy rausholen. Und, äh, warte mal, Passwort? Wie ist denn bitte sein Passwort? Ich hab dich erwischt. Pack sofort das Handy von dem Jungen weg. Äh, niemanden, niemanden, ruf mich an. Polizei, Lut, ruf mich gar nicht weiter. Ja, einen wunderschönen guten Tag, ich brauche ganz dringend Hilfe. Ich werde hier festgehalten, bitte kommen Sie. Wo ist der Ort? Sofort Handy wegpacken. Finden Sie sich aktuell in Gefahr? Ähm, ja, das sieht ganz so aus, bitte kommen Sie schnell. Pack jetzt das Handy weg. Äh, Fortnite City 73B, bitte kommen Sie schnell, bitte kommen Sie schnell. Wir brauchen hier ganz dringend Hilfe. Äh, nein, warte mal, gib mein Handy wieder. Nein, 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 hallo, hören Sie mich doch, hören Sie mich doch. Nein. Leute, alle her, komm, erst beim Pool. Okay, hier ist er nicht. Warte, was meinst du? Oh nein, verdammt, die kommen alle. Schnell, ich muss hier weiter wegrennen, dann los, dann los. So, jetzt haben wir dich, Kleiner, jetzt entkommst du nicht mehr. Ähm, ganz ruhig, ganz ruhig, okay? Ach, es war ja klar, dass wir dich früher oder später finden. Ach, Orxy, du denkst auch, du kannst dich von mir verstecken. Warte mal, und was wollt ihr jetzt überhaupt von mir, verdammt? Haha, also ich würde gerne dein Blut trinken. Mein Blut trinken? Was bist du denn für ein Geistkranker? Nein, besser, wir tun ihn in den Pool werfen. In den Pool werfen? Nein, nein, das ist doch vollständig die schlechte Idee. Lass ihn doch einfach auch in den Müll werfen zu seiner komischen Schwester. Muss hier irgendwie weg, na los, na los. So, und jetzt ab auf den Boden, und hier. Ah, oh, warte mal, nein, 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 was mache ich denn jetzt, Noah? Also, ich würde sagen, wir werfen ihn zuerst in den Pool rein. Okay, das machen wir. Damit wir es ihm noch schwerer machen, dicken, fetten Stein an seinen Fuß binden. Los, komm her. Nein, 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 oh nein, was macht ihr da bitte? So, festgebunden. So, noch irgendwelche letzten Worte? Hört zu, ihr müsst es echt, ah. Dankeschön fürs Anschauen, Freunde, bei 3000 Likes kommt dann der nächste Part. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, checkt es sehr gerne ab und download das Game ganz oben in der Beschreibung. Kurz geht raus.